Ok, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier bei PAIR Hotel Anineid & Co. zusammen mit THM, Mano, Hikari, Bibi und Michi und Akashima Cosplay und wir haben unser Morgensport hinter uns und gehen jetzt mal zum Billa und unser Frühstück kaufen. Naja, also im Endeffekt habe ich nichts geschlafen und wir sitzen jetzt im Bus. Ja, da fangts an. Wir sitzen im Zug zur Anineid & alle außer mir sind ultra motiviert. Nachdem sie ihren Flügel verloren hatte, wurde der nun mit vereinten Kräften wieder angeklebt. Dam Dam Dam! Was hast du denn Ticket? Was? Was hast du denn Ticket? Sehr gut, dann gehen wir gerne in den Kleidern. Ok, passt. Musik Morgens. Musik 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 Ich möchte mich gleich einmal entschuldigen, ich habe den Anfang ein bisschen verpeilt, weil ich einfach zu müde war. Mal schauen, was sich so tut. Dich? Hallo! Ja, also, hallo! Ja. Ja. Und gespannt warten wir nun auf die Preisverleihung. Wieso gibt sie mir eigentlich das dümmste Spielzeug in die Hand, dass man mir nur in die Hand drücken kann? Sie nehmen uns unsere Selle wieder! Oh nein, nein, nein! Ich soll dich freuen, dass du es auf dich! Meine Selle! Hallo? Putt, putt! Warte! Warte! that Love! Untertitelung des ZDF, 2020